Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von den Klobapeters, endlich mal wieder. Ich zocke hier gerade mit dem süßen Fletcher und Mick ist gerade noch im Teamspeak dabei, sag mal hallo Mick. Na ja auf jeden Fall wollte ich nur kurz sagen, ist jetzt eine Weile nichts mehr gekommen, ich habe einen neuen PC gekriegt, musste da alles einstellen und so, aber gleich mein Kill geraced. Ich habe da jetzt alles eingestellt und mein Schnittprogramm aufgeladen, das Aufnahmeprogramm ist auch ziemlich nice und ich hoffe einfach mal, dass da jetzt alles funktioniert und ich habe eben eine ziemlich nice Runde gezockt und ich würde sagen, die blende ich euch jetzt einfach mal ein und lasst die jetzt einfach mal so stehen. Tschüss, ciao. Deine Standard-Abschließung. Okay. Geht ruck. In a major way. Llele, wie weh, ich feier es momentan so an. Was? Oh Mann, ey, wie wenig Leben hatte der noch, der Wichser. Oh, komm, Alter. Ey, so einen Mini-Fetzen hatte der noch. So einen winzig kleinen Fetzen, da unter 1%, da schwöre ich auch mal nachkommen. Also ich klebe ihm die Sticky an, hab er noch mal drauf und dann überlegt man mit so einen Mini-Fetzen, ey. Ich muss öfters die Secondary nutzen, die hat so krass op. Die Secondary von meiner Proxy ist ja eigentlich so ein SMG. Ich komme damit voll nicht drauf, klar. Ich gucke dann immer Einzelschuss und dann fällt mir das alles auf. Ich feier Prox. Die Switch hat Prox. Proxy, Corksy, Spicegeistin. Aber vielleicht guckst du sie auch in den Ofen. Ich bin der Einzige, der den EV eskortet von uns allen. Oh, du Kreis. Mein ganzes Team macht komplett gar nichts und ich bin der Einzige, der eskortet. Die campen alle hintenrum, wie schlecht kann ein Team sein? Och nö, Alter. Gleiche Spiele nochmal. Ja, wo ist er? Ah, der ist unten. Oh. So, jetzt muss ich da kurz nochmal wieder hoch an die Oberfläche. Mmh, Schleck, Mann. Oh, ey. Oh, ey. Alter, wir haben gestern, hab ich mit meiner Wrestling, äh, bei der Wrestling Liga, hab ich so fünf Stück haben wir, zu sechst haben wir, ähm, auf der Playstation dann online Wrestling gespielt, gell. Ich hab immer, oh, die krasiert, gell. Alter, wir haben wieder, weißt, um 13 Uhr rum, ja, hat jemand verkauft, skyped, ja, ja, ja. Und dann, äh, haben wir geskyped bis, glaub ich, um vier. Und die ganze Zeit nur, Alter, das ist das so viel. So ein Abtack. Zum Beispiel auch der, ähm, hab ich dir das erzählt, mit dem Capillan, der von seiner Mom auf Indisch zusammengeschissen wurde, weil er ihr die Erdbeeren gek... Was hat er mit Erdbeeren gemacht? Er hat, er hat sich eine Packung Erdbeeren genommen und seine Mom wollte damit eigentlich einen Erdbeerkuchen machen. Und dann hat er sich die Erdbeeren genommen, hat alle gegessen, in fünf Minuten oder so, und seine Mom kam rein und hat ihn voll zusammen... So ein Lach, alle, alle haben sich so tot gelacht. Seine Farbe wie mit der Rage. Wir feiern uns noch mehr. Ach so geil. Der Typ, der Typ ist so durch. Curry-Cupi nennen wir den immer, weil er Kinder ist. Schau, Alter, sind die Gegner schlecht. Aber ich verkack auch grad ziemlich. Obwohl ich der Rundenbeste bin, mit Abstand. Und ich hab doppelt so viel XP wie der Nächstbeste nach mir. Äh, etwas Zock? Let's check. Ich repair einfach die ganze Zeit den EV und escort ihn alleine, ohne dass mein Team irgendwas macht. Und kämpfe gegen's komplette Gegner-Team-Arne, im Endeffekt. Heute kamen noch zwei, äh, äh, kam so von, ich hab Bewerbungsgespräch gehabt bei KEVBF, gell? Und da kam heute die Mail, ja, wir möchten Sie gerne ein... Äh, 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 herzlich sagen, für eine Ausbildungsstelle. Okay. Ja. Aber ich geh wahrscheinlich zum KIT. Weil die gemeint haben, dass in den letzten 10 Jahren alle 90% ihrer Ausbildungsabsolventen mit einem 1.0 bis 1.5er-Schnitt rausgegangen sind und es ist schon beeindruckend. Okay. Allerlehr, haben wir das schnell geschafft. Wir sind übel straight durchgerannt. Ja, da kam. Den Film habe ich gestern geguckt, ey. Ich kenne nur Compton. Ja, Compton ist ja ein Film von der Entstehung von so einer Rap-Band aus den USA. Und ich mag eigentlich alle die Rapper und die Gruppe an sich mag ich auch. Und dann kam halt ein Film raus über ihre Entstehung und so. Den fand ich richtig nice. Ja. Oh fuck, ich habe später noch Krankengymnastik. Mein Team checkt einfach gar nichts. Die wissen nicht mal, dass sie das Ding da deliveren müssen. Ohne mein Team hätten wir noch gar nichts gemacht. Und ohne mich hätten wir noch gar nichts gemacht. Ich habe es einfach übelst schnell gemacht alles. Äh... Ich der Racer raced. Ja, ich racer alle, Alter. Oh man, ey. Mach doch mal was, Team! Oh Gott! Es ist peilig, was die sich da leisten, ey. Ich merke es. Schlimm. Mein Stress, sie müssen Leute in diesem Spiel. Ah, Kira und den Stark. Oh. Wie? Ich lasere euch einfach mal das Gegenteil weg und dann passt die so. Oh, 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 oh. Warte mal, 5. Ist dran. Nächste. Ah, erst wieder. Ja. Loll. Lächster ist. Einfach mal einen Triple kill weggeraist. Easy, ne? Gehts. Guckt. Oh Gott, hab ich gefehle, ey. Ja, nice. So, Runde vorbei. Alter Latz, ey, ich hab alles gemacht, diese Runde. Ich hab den E.B. komplett alleine repariert, komplett alleine escorted und immer wieder repariert und die, äh, alle Objectives delivered. Lol. Wie wärst du vier Millionen, oder? Nö, äh, sieben, 8.000 irgendwas, aber die Runde hat gedauert, äh, sieben Minuten. Lolle. 21 Sekunden Repair, vier Minuten Escort, drei Minuten Deliver. Ich hab einen Raisin, ey, ich mach's mir gar nicht. Ich mach's alles alleine.